Heute gibt es die Spring After Winter von Pyroland. Die Vorstellung, die ihr im Hintergrund seht, ist von 2017. Also so lange gibt es diesen Verbund schon, aber natürlich gibt es immer wieder eine neue Charge. Die meisten neuen Chargen haben meistens irgendwelche kleinen Veränderungen. Entweder der Artikel wird noch optimiert oder er wird in einer ganz neuen Fabrik hergestellt. Hier seht ihr jetzt gerade im Hintergrund die Version von 2017. Schöne große Bouquets und relativ langsame, aber gleichmäßige Schussfolge. Und das Ding heißt nicht ohne Grund Spring After Winter, denn nach dem Schnee im Winter, also den weißen Blinkern, folgt der bunte Frühling, wie man das hier sehen kann. Und deshalb Frühling nach Winter, also Spring After Winter. So und wir schauen uns jetzt mal die aktuelle Charge an, denn da muss man sagen, die hat es wirklich in sich. Der Verbund kostet aktuell übrigens 110 Euro. Spring After Winter. Die ist krass. Was ist das? Spring After Winter. Okay. trafa'r Wie? する具合 wie? Serie Angang Know g sehr sehr schön geiles teil